Wenn du eine sportlich elegante Laufhose suchst, die sehr leicht und bequem ist, dann ist diese Salomontheit genau die richtige für dich. Was beim Anprobieren sofort auffällt, ist der unheimlich feine Stoff. Man fühlt sich damit sofort wohl und kann den Sport genießen. Das liegt aber auch an der hohen Elastizität, durch die du beim Laufen ein tolles Gefühl von Freiheit erlebst und an der bewegungsoptimierten Passform. Die Hose sitzt einfach optimal und gibt dir viel Leichtigkeit. Damit du auch bei intensiven oder längeren Einheiten trocken und mit einem guten Körperklima unterwegs sein kannst, sorgen die feuchtigkeitsregulierenden Fasern dafür, dass der Schweiß nicht lange am Körper bleibt. In den Kniekehlen erhältst du dank der Belüftungszonen einen noch besseren Tragekomfort. Der Bund verfügt nicht nur über einen individuell einstellbaren Kordelzug und sorgt für einen guten Sitz, sondern stellt dir auch eine Reißverschlusstasche für deine wichtigsten Laufutensilien bereit. Mir persönlich gefällt ganz besonders das schimmernde Farbdesign und die vielen stylischen Details. Diese sehr schicke und bequeme Salomontheit wird dir viel Spaß auf all deinen Wegen machen und du bekommst sie natürlich über deine Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com 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 Vielen Dank.